Liebe Studierende der Seminare, kleine Textformen und barrierefreie Kommunikation. Nach dem letzten Zwischenschritt, nämlich der Frage, wie wir kollaborativ bibliografieren können, systematisch bibliografieren können und die Arbeit in den kleinen Gruppen sich jetzt schon daran orientiert, möchte ich mit diesem kleinen Input-Video einen nächsten Schritt gehen und Ihnen eine Unterstützung bei der Thesenformulierung anbieten und damit verschiedenen Beispielen arbeiten, somit das deutlich werden sollte, in welche Richtung Sie Ihre Fragestellung hin entwickeln können. Und das ist sowohl wichtig für diejenigen von Ihnen, die ein Exposé verfassen, als auch für diejenigen, die eine normale Hausarbeit verfassen oder eine Präsentation verfolgen. Ich möchte Ihnen das Ganze zunächst erstmal begrifflich vorstellen, nämlich eine These ist im Sinne, wie sie akademisch gebraucht wird, eine Behauptung oder auch von der Etymologie her, eine Behauptung oder eine Leitfrage, an der Sie sich orientieren können. Und die Gegenbehauptung zu dieser These nennt man Antithese, also es kann zu jeder These eine Antithese formuliert werden. Und Thesen als auch Antithesen sind sogenannte Subthesen zuzuordnen, die mehr oder weniger ihre leitende Fragestellung noch weiter auffächern. Ein berühmtes Beispiel, bekanntes Beispiel, was man vielleicht hier als These in den Raum stellen kann, ist Ich behaupte, so können Sie immer anfangen, also mit einem Satz der Behauptung, ich behaupte, dass die Erde eine Scheibe ist. Dieser Behauptung lassen sich folgende Subthesen zuordnen. Ich behaupte, dass die Erde einen Rand hat, also das heißt, wenn sie eine Scheibe ist, kann die Scheibe einen Rand haben. Und ich behaupte auch, dass das Wasser der Ozeane über diesen Rand fließt. Ich habe das Beispiel nicht ohne Grund ausgewählt, denn wenn Sie sich den Film The Truman Show mit Jim Carrey von 1998 anschauen, falls Sie den nicht kennen, tun Sie das. Das ist gerade in Zeiten der Diskussion um Überwachung und das Orwellsche 1984, glaube ich, ein Film, der sich gerade in diesen Zeiten anbietet. Also gibt es eine Szene, in der er mit einem Segelboot auf den Ozean hinausfährt, ohne sie jetzt zu spoilern, aber das tut mir leid, der Film ist so alt, wenn Sie ihn bisher nicht gesehen haben. Das lässt sich nicht vermeiden. Und er stößt mit seinem Boot in den Horizont aus einem ganz bestimmten Grund. Also können Sie die Truman Show faktisch als eine Auserzählung dieser Thesen und an die Thesen begreifen. Nämlich der Gestalt, dass es darauf ankommt, aus welcher Perspektive man auf die Welt blickt. Die Antithesen zu der formulierten These sind, ich behaupte, dass die Erde keine Scheibe ist. Ich behaupte, dass die Erde keinen Rand hat. Und ich behaupte, dass das Wasser der Ozeane nicht über einen Rand fließt, da dieser eben nicht existiert. Jetzt ist es so, dass sich für Ihre Arbeiten entweder die These validieren lässt, das heißt, Ihre Behauptung können Sie wissenschaftlich nachprüfen oder eben die Antithese. Das Schöne an der Formulierung von Thesen und Antithesen ist, dass Ihre Arbeit immer ein Ergebnis hat, weil Sie entweder die These bestätigen oder die Antithese und auch die Subthesen. Ich zeige Ihnen das jetzt ganz konkret noch an den beiden Fragestellungen für unsere Seminare. Zunächst für die kleinen Textformen am Beispiel von Twitter. Sie können zum Beispiel, wenn wir auf die kleinen Textformen abzielen und eines der wesentlichen Merkmale der schmitzischen kurzen Theorie kurzer Texte war, dass je kürzer ein Text sei, desto stärker sei er konventionalisiert. Und eine Behauptung, also eine These könnte sein, ich behaupte, dass die Begrenzung der Zeichenzahl auf Twitter zu konventionalisierten sprachlichen Formen führt. Die Antithese dazu wäre, ich behaupte, dass die Begrenzung der Zeichenzahl auf Twitter nicht zu konventionalisierten sprachlichen Formen führt. Und dazu zugeordnet bestimmte Subthesen, nämlich, ich schränke mich jetzt auf die These, ich behaupte, dass sich besondere Formen der Abkürzung etablieren und ich behaupte, dass die Satzgliedordnung SPO favorisiert wird, also Subjekt, Prädikat, Objekt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Sie durchaus Ihre These validieren können in Ihrer Untersuchung, nämlich, dass die Begrenzung der Zeichenzahl zu bestimmten konventionalisierten sprachlichen Formen führt. Und es ist möglich, dass Sie bestimmte Abkürzungen entdecken, die sich für Twitter etablieren. Es ist aber schlicht unwahrscheinlich, dass damit eine Favorisierung einer bestimmten Satzgliedstellung einhergeht. Das wäre eine Vereinfachung des Formenparadigmas. Und das ist für Twitter nicht wahrscheinlich, dass Sie Ihre These validieren können und tatsächlich verifizieren können, auch die Subthese 1 möglicherweise verifizieren können, aber die Subthese 2 falsifizieren müssen. Also da würde wiederum die Subthese der Antithese gelten. Ich behaupte, dass die Satzgliedordnung SPO nicht favorisiert wird. Und so können Sie ein sehr differenziertes Bild auf Ihren Untersuchungsgegenstand entwickeln. Kommen wir zur Frage oder zu dem Thema der barrierefreien Kommunikation. Hier wäre zum Beispiel eine mögliche These, ich behaupte, dass eine Bedarfsanalyse im Kreis der primären Adressaten für barrierefreie Texte neue Erfordernisse aufdecken wird. Die Gegenthese wäre oder die Antithese, ich behaupte, dass eine Bedarfsanalyse für barrierefreie Texte keine neuen Erfordernisse aufdecken wird. Auch hier wieder mit den jeweiligen Subthesen. Ich behaupte, dass neue Gebrauchsdomänen eingefordert werden vom Adressatenkreis und ich behaupte, dass vor allem Videolösungen eingefordert werden. Sie sehen hier, dass das natürlich schon spezifische Fragen sind, die Sie hier nachordnen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie eine dieser nachgeordneten Fragen falsifizieren oder verifizieren können. Also verifizieren bestätigen, falsifizieren nicht bestätigen können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie zu Ihren Themen in den beiden Seminaren eben solche Thesen und Antithesen bzw. Subthesen entwickeln und dass wir diese dann im Seminar am Mittwoch bzw. Donnerstag diskutieren können. Also zunächst die Aufträge, wie beim letzten Mal schon gesagt. Bibliografieren Sie zu Ihrem Thema. Formulieren Sie Leitfragen, also Thesen, Antithesen sowie Subthesen. Stellen Sie sich die Frage, wie Sie Ihr Thema präsentieren wollen, orientiert an der jeweiligen Prüfungsleistung. Und, das ist für mich die zentrale Frage, die wir auch im Plenum diskutieren wollen, benötigen Sie für die Präsentation technische Unterstützung? Und, wie kann diese aussehen? In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen erstmal einen kurzen Tipp gegeben habe, wie Sie mit der Formulierung von Thesen und Antithesen Ihre Arbeit und Ihren Gegenstand ideal zuschneiden können. Ich freue mich auf die Diskussion im Seminar und bin bis dahin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Vielen Dank.